Allah wird alle Menschen versammeln, egal ob jemand in den Tiefen des Ozeans verstorben ist oder irgendwo in der Erde versungen. Allah wird sie alle zusammenbringen. Wie Allah sagt, wo immer ihr auch sein mögt, Allah wird euch alle zusammenbringen. Wo auch immer ihr seid, selbst im Weltraum, Allah wird euch zusammenbringen, denn das gesamte Universum gehört nur ihm. Selbst die Tiere werden mit einbezogen sein. Wie Allah sagt, Wenn die wilden Tiere zusammengetrieben werden, das wird am Tag der Auferstehung sein. Wie es in einem Hadith heißt, Allah wird am Tag des Gerichts die gesamte Schöpfung zusammenbringen. Tiere, Vögel, sogar die Insekten. Alles. Und Allah wird an diesem Tag gerecht sein, denn sein Name ist Al-Adel, der Gerechte. Und zur Gerechtigkeit Allahs gehört es, dass er selbst das Unrecht zwischen den Tieren ausgleicht. Und wenn es nur eine Ziege ist, die Hörner hatte, und die einer Ziege, die keine Hörner hatte, Unrecht angetan hat. Selbst dieses Unrecht. Und nachdem alle Streitigkeiten beigelegt sind, wird Allah den Tieren befehlen, zu Turab, zu Sand zu werden. Und sie werden zu Sand. Und das ist der Moment, wo der Ungläubige sagen wird, ich wünsche dich würde auch zu Sand werden. So wie Allah es im Koran sagt. Und der Ungläubige wird sagen, ich wünschte, ich würde einfach zu Staub, zu Sand werden. Die Menschen werden auferweckt. Sie werden barfuß, nackt und unbeschnitten sein. So wie es der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte. Ihr werdet barfuß, nackt und unbeschnitten auferstehen. Und dann rezitierte der Gesandte Allahs einen Vers aus dem Koran. So wie wir den Anfang der Schöpfung begonnen haben, so werden wir sie wiederholen. So sagt es Allah. Allah wird uns in genau der Form zurückbringen, in der wir geboren wurden. In unserem natürlichen Zustand. Als Aisha das hörte, da war sie besorgt, dass Männer und Frauen am selben Ort sich nackt versammeln würden. Und sie sagte, o Gesandte Allahs, werden Männer und Frauen sich nicht einander anschauen. Aber er sagte, Aisha, die Angelegenheit ist größer, als dass sie darauf achten könnten. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass der Erste, der am Tag des Gerichts eingekleidet wird, der Prophet Ibrahim sein wird, der Freund Allahs. Der Prophet selbst Sallallahu alaihi wa sallam wird gekleidet mit einem Gewand aus dem Paradies und es wird das Schönste und das Beste sein. Aber der Erste, der eingekleidet wird, das ist der Prophet Ibrahim. Und dann wird Allah die Menschen versammeln. An dem Tag, da die Erde in eine andere verwandelt werden wird und auch die Himmel. Und sie werden alle vor Allah treten, den Einzigen, den Allgewaltigen. Die Erde wird eine andere sein. Es ist nicht mehr dieselbe wie hier. Sie wird ausgebreitet, flach. Sie wird keine Kugel mehr sein. So wie Allah es sagt, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ Wenn die Erde ausgebreitet wird, lang gestreckt. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ Und alles herauswirft, was in ihr ist, bis sie völlig leer ist. So beschreibt es der Koran. Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, Die Menschen werden am Tag der Auferstehung auf einem weißen, staubigen Boden versammelt, der wie die Oberfläche vom weißen Mehl aussieht. Und einer der Überlieferer fügte hinzu, darauf findet keiner ein Orientierungsmerkmal für sich. Keine Stelle sticht irgendwie hervor. Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass die Erde abgeflacht wird. Und der Sohn Adams sich nicht bewegen kann und quasi nur auf seinem Fleck steht und nicht hin und her kann. So dicht wird das Gedränge sein. An dem Tag, wo die Menschen versammelt werden. Und es werden alle versammelt. Menschen, Tiere, Djinn. Und es wird so überfüllt sein, dass niemand etwas hat, außer dem Platz, auf dem er gerade steht. Das wird die Versammlung am Tag der Auferstehung sein. Es ist Ramadan. Wir machen uns Gedanken darüber, wie man diesen Monat optimal nutzt und in den ärmsten Ländern machen sich die Menschen Gedanken über ihren Lebensunterhalt. Wir fragen uns, was es zum Eftar gibt und woanders haben unsere Geschwister nichts, womit sie das Fasten brechen könnten. Deswegen engagieren wir uns jedes Jahr und verteilen Eftar-Pakete an die Ärmsten unter uns. Es gibt viele schöne Abibadah, die wir im Ramadan genießen können. Aber die Speisung der Armen ist eine ganz besondere. Und vergesst nicht, wer mit eurem Eftar-Paket sein Fasten bricht, dessen Belohnung für sein Fasten bekommt ihr noch mit dazu. Nutze diese Gelegenheit. Sei nicht geizig gegen deine eigene Seele. Nutze diesen Ramadan und spende jetzt dein Eftar-Paket.